Hallo Lio, wie geht's? Der Lio ist für mich ein Helfer. Er kann mir etwas trinken bringen, einen Snack bringen, er kann Geschichten erzählen, er kann Post holen, etwas desinfizieren, damit es nicht mehr gefährlich ist und vieles mehr. Und dann haben wir hier den Guido, der führt mich zum Bewegungen zu machen, die meinen Geist und meinen Körper richtig fit halten. Und ich kann auch mal ein bisschen schieben, wenn es mir nicht passt, was er mit mir will. Und so gibt es ein gutes Zusammenwirken. Und dann haben wir hier den Massimo, der mich verwöhnt, ich kann eine Rückenmassage bekommen, und das tut richtig gut. Und den Lio schaut zu, und manchmal muss er sogar giggeln. Gell? Ist lustig, Lio? Ja. Ja.